Musik Halli, hallo, hallöle, ja, da bin ich wieder mit einem neuen Let's Play von Server 6, dem ersten, da-dem. Ja, jeder der Gäste meinen Live-Stream beobachtet hat, wird festgestellt haben, dass ich auf Server 6 vertreten bin, ja. Ja, so sieht's aus und es läuft, naja, wie soll ich sagen, also heute ist der zweite Tag, sorry, dass ich Gäste nicht mehr aufnehmen konnte, ich wollte eigentlich jeden Abend aufnehmen, das Problem war nur, gestern Abend wurde noch so viel intern geregelt und gemacht und getan, da hatte ich einfach keine Zeit, da ein Let's Play zu machen. Deswegen mach ich's heute, es ist morgens drei Viertel acht, ich bin heute, ja, um sechs aufgestanden, damit ich ein bisschen hier koordinieren kann, sag ich mal. Alles für das Team natürlich, ähm, ja. Und was soll ich sagen, es läuft jetzt gut. Also gestern hatte ich wirklich die Phase, what the fuck muss das sein, weil ich hab wirklich einen Tag über zehn schwere Missionen oder so verloren, also mindestens 75% meiner schweren Missionen hab ich verloren, dann hab ich auch mal eine einfache Mission verloren, das war wirklich nicht mehr feierlich. Und heute ist es mir aufgefallen, woran es gelegen hat, es war wirklich, dass ich, ich hatte zwar ein Konditions-Equipment, aber anscheinend war das nicht gut. Also ich, also es war fast alles nur auf Kondition, aber es ist wirklich sinnvoll, es sich komplett nackt zu machen zum Serverstart. Glaubst du mir, Leute, ich hab's getestet, ich hab heute erst eine Mission verloren, das war anscheinend so ein Quotenkiller oder so, keine Ahnung, weil da hab ich wirklich, ich gewinne hier jede schwere Mission mit ungefähr der Hälfte meiner Leben. Lebenspunkte und bei der Mission hatte mein Gegner die Hälfte meiner Lebenspunkte. Also da war wirklich so ein Quotenkiller, wo sie dachten, okay, jetzt müssen wir mal ihm wieder eine verlieren lassen, aber ansonsten läuft alles super heute. Gestern, wie gesagt, nicht so gut, ich war glaube ich am Ende des Tages auf Stufe 24, ne, auf Stufe 23. Jetzt bin ich schon auf Stufe 30 vorgeklettert, ich hab heute früh, hab ich noch, also nicht jetzt, sondern heute Nacht, hab ich noch ein Sondereinsatzfoto bekommen mit Stufe 25. Also nicht bekommt man das ja, deswegen konnte ich dann schon mal Sondereinsätze versuchen. Jetzt also, kurz bevor ich das aufgenommen habe, hab ich auch den ersten Gegner geschafft. Wow! Und jetzt warte ich wieder eine Stunde drauf, dass ich den zweiten nochmal angreifen kann, weil beim ersten Versuch wollte er leider nicht down gehen. So, ja, was gibt's zu sagen? Ihr seht, Massen an Nachrichten, Leute, bitte, nochmal an euch als Erinnerung. Ich werde die Nachrichten hier nicht lesen, ich werde sie einfach löschen. Ich kann nur nicht alle löschen, also nicht, dass ihr denkt, ah, da sind doch so viele Nachrichten, die werdet ihr ja bestimmt eh nicht löschen. Doch, aber es sind viele Teamnachrichten, die ich gern behalten möchte, deswegen muss ich jede Nachricht einzeln löschen, das dauert. Ich hatte gestern über 150 Nachrichten hier und hab heute Nacht mich schon ein bisschen vorgetastet, hab gedacht, okay, tun wir mal schon mal ein paar Löschen, ne, und hab's auch geschafft. Aber, es wäre mir wirklich sehr, ähm, es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir hier keine Nachrichten schickt. Schreib's dir auf S5, da werde ich auch Schlippermays machen, wenn die Zeit wieder gekommen ist, aber bitte nicht hier. Das würde mich sehr freuen. Ja, wie läuft's, ich hab's, glaub ich, noch zweimal aufladen, ich kann noch zweimal aufladen, ähm, das heißt, also, eine Stufe 31 wäre schon nice. Ähm, ja, Donuts sind noch da, einige ins Team gespendet, ist ja klar, das muss ja sein. Und ja, ich werde in der Ära ordentlich, oh, schon wieder so ein Quotenkiller. Hier, ihr seht's, über die Hälfte, aber sonst gewinne ich jede schwere Mission mit übelstem Vorsprung. Also, das sind wirklich dann, wie ich so schön sage, Quotenkiller. Und naja, passiert halt. So, ja, auf Ära gebe ich mir zur Zeit ein Shit, ich hab 1000 Ära, bin damit auf Platz, können wir mal kurz gucken. 1242, yeah, ja, 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 aber durch Stufe bin ich jetzt wieder ein bisschen nach oben gekommen, ich bin Platz 9 zur Zeit, okay, viele schlafen noch, viele haben ihre Dings noch nicht gemacht, aber trotzdem bin ich gut dabei. Okay, Saschik hier hat 35, finde ich auch sehr gut, alles bestens, ähm, ja, freut mich zu sehen. Bei den Teams, ähm, hat mir gestern enorm viel Pech, enorm viel Pech, wir haben eine Mut-Trophy, wir kommen zum Serverstart, also schlechter geht's eigentlich nicht. Ähm, ja, müssen wir jetzt damit leben, können wir nicht ändern, haben 20 Mut extra, weee, weee, ja, und ja, müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie eine Energie-Trophy bekommen, das ist einzig Wahre. Ähm, von der Ära her sind wir noch nicht so wirklich weit, weil wir hatten nur einen Angriff, das heißt, wir sind hier auf Platz 24 mit 2000 Ära, aber im Ausbau, seht ihr, sind wir ganz oben mit dabei, ganz oben mit dabei. Unser Gegner W20, also ist jetzt unser engster, ähm, Gefährte, sag ich mal, hat schon 35%, hat, ähm, zwei Quartier weniger als wir, dafür ein bisschen mehr Erfahrung, aber weniger Motivation. Also das passt schon bei uns sehr gut, äh, Murder Inc. ist uns auch auf den Fersen, die haben hier schon 20 Quartier, das ist schon enorm viel, dafür natürlich Popularität und Motivation ein bisschen hinten ran gelassen. Und sie haben das verdammte Glück, dass sie eine Trainingstrophäe und eine Energietrophäe am ersten Tag bekommen hat, das ist natürlich ein super Vorteil, und das tut schon weh. Ähm, das tut schon weh, ähm, ich hoffe, wir kriegen davon auch noch irgendwas, das wäre auf jeden Fall schön. Ähm, ja, mehr gibt es jetzt an diesem Tag nicht zu sagen, das ist das kleine Review gewesen, jetzt vom gestrigen Tag und vom heutigen Tag, das heißt, ich werde dann erst, ähm, morgen wieder ein Video machen. Und ich werde das jetzt wahrscheinlich doch immer so machen, dass ich so zwei Tage, ähm, revidiere, oder wie nennen wir das? Ja, ja, irgendwie beschaue, das heißt, ich werde morgen früh wieder ein Video machen, wo ich über den heutigen Nachmittag und den morgigen, die morgigen Nacht, beziehungsweise Vormittag, ähm, erzähle. Und ich hoffe, das passt so für euch. Wie gesagt, die ganze Woche gibt es Hero Zero aus S6 und danach wird beides in einem Let's Play untergebracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine kürzere Folge heute, weil es gibt nicht, also es gab schon viel zu erzählen, aber ich bin auch ein bisschen müde. Ähm, deswegen, äh, seht es mir nach, wenn ich jetzt nicht allzu viel erzähle. Ich überlege mal gerade noch kurz, ob es noch irgendwas, ähm, Wichtiges gibt. Kann ich eigentlich gerade in Sonne? Ja, ich würde sagen, einfach nur, weil ich gerade ein Video mache, greife ich jetzt mal noch einen Sondeseinsatzgegner für Donuts an. Ja. Bam. So, ähm, wir gucken mal kurz. Oder warte mal, wir machen, ach komm, wir machen die Folge ein bisschen länger. Warum, warum sollte ich denn jetzt schon aufhören? Warum sollte ich denn jetzt schon aufhören? So, ich gucke jetzt mal kurz, ob ich schöne Gegenstände bekomme. Die ich mir in meinem Shop hier leisten kann. So, einmal Refresh. Boah, plus 23 Gewurfwaffen, die nehmen wir doch gleich mal mit rein. Okay, hier sieht man schon einige Items, die besser sind. Okay, das nicht. Okay. Minus 10, doch nicht so enorm. Minus 4. Okay, dann anscheinend doch nicht. Okay, dann versuchen wir jetzt, ähm, tun wir natürlich einmal waschen. Gibt es hier irgendwas? Wobei, sie, na, Kraft ein bisschen weniger. Wo ist hier viel Kraft? Wo ist hier viel Kraft? Kraft, Kraft, Kraft. Hier ist viel Kraft. Hier ist viel Kraft. Das tun wir jetzt mal waschen. Güt. Auf Kraft und Kondition. Na, okay. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja, Heldentaten habe ich 21% erledigt. Wie ihr seht, ich habe schon 500 Donuts vernascht. Davon sind natürlich auch einige ins Team geflossen. Ist ja klar. Ja, hier sind auch einige reingeflossen. Ich möchte jetzt hier keine Tipps geben. Also keine so intimen Tipps, sondern müsst ihr selber rausfinden. Ja, Fähigkeitsbooster habe ich immer noch keinen gekauft, weil es für mich einfach keinen Sinn macht. Warum sollte ich jetzt Fähigkeitsbooster kaufen, wenn ich eh keine Duelle mache? Muss man dann vielleicht sehen bei Teamkämpfen. Aber da unser erster Teamkampf heute erst um 12 Uhr ist, müssen wir mal gucken, ob ich da meine Fähigkeitsbooster reinmachen muss oder nicht. Das wird sich dann alles zeigen. Ach, was ich euch noch sagen wollte. Ich habe gestern wirklich total verkackt. Eigentlich bin ich ja immer der Typ, der alles kontrollieren möchte. Und der sagt, okay, man kauft keine Skillpunkte. Das heißt, man macht auch die Heldentatenkaufe ein und Fähigkeitspunkte nicht. Aber, wenn ihr hier mal nach oben scrollt, seht ihr, ich habe ihn genommen. Ich habe ihn gemacht. Ich habe ihn gemacht. Und es war ein verkacktes Ausversehen, ey. Kann ich euch aber sagen. Also, ach, nee, ich verstehe es nicht. Ich hatte hier 48, 48 freie Skillpunkte. Kostenlose. Ich habe mir gedacht, okay, klick ich jetzt mal schnell durch. Klick, 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 klick. Da habe ich zweimal zu viel geklickt. Das heißt, 10 Münzen sind nicht ins Team geflossen. Es tut mir leid, liebes Team, dass ihr die 10 Münzen nicht habt. Ich habe sie hoffentlich mit meinen anderen Aktivitäten wieder rausgeholt. So, jetzt muss ich mal hier kurz gucken. Einen Angriff schaffe ich noch. Wen nehmen wir denn da? Killer, Chiller, Biller, irgendjemand, der, ach, versuchen wir mal einfach. Yeah, der ist im Conti Equip. 193 Ehre, what the fuck. Ja, also ich will, wie gesagt, Ehre geht mir zur Zeit am Arsch vorbei, interessiert mich nicht und wenn ihr mich abfarben, macht das ruhig. Da bin ich wieder unten in der Ehre und kann wieder aufholen. Also es ist wirklich super. So, die Mission ist zu Ende, das heißt, wir können jetzt mal einen Sondereinsatzgegner probieren. Ein Donut, ein Donut. Yeah, Free Donuts sind immer was Feines. So, zack, 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 ey, ey, was ist hier los? Zack, 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 und das können wir verkaufen. So, Sondereinsätze und zack, yeah, als hätte ich es geahnt, als hätte ich es geahnt, dass wir den mit einem, mit einem, zwei, ein, zwei Donuts Einsatz gewinnen. Erstmal gucken, ob das Item besser ist. Ja, plus sieben, scheiß geskillt, oder? Egal, probieren wir mal. Mehr ist, dass es schief geht, kann nicht passieren. Ja, oh, das knapp. Ach komm, nochmal, nochmal. Ja, gewonnen. Nice, 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 nice. Stufe 31, so muss das, so muss das, Leute. Das kann ich euch aber sagen. So, das ist schlecht und das heißt, sie kommen weg. Das können wir nochmal probieren. Oh, ist ja doch noch was Schönes aus der Folge geworden. Ja, okay, der wird jetzt erstmal nicht zu besiegen sein, der ist Stufe 32, die Hälfte der Lebenspunkte. Da warte ich lieber noch, als ich jetzt hier Donuts investiere. Skillpunkte kaufen, dann würde ich sagen, ich mache hier mal noch eine neue Mission. Wie gesagt, ich bin schon in Stufe 4, State Capital, äh, Zone 4. Und ja, dann würde ich sagen, jetzt ist wirklich Schluss. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Es ist doch noch eine angenehme Folgenlänge geworden. Wie gesagt, morgen bin ich wieder zurück. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder dabei. Schaut meine Videos regelmäßig. Und morgen gibt es ja die 90. Folge von Hero Zero. Oh, Countdown läuft. Bis demnächst, euer Schlüpper, Stimme.